Das ist die breiteste Straße in der Gegend. Auch gleich finden wir am Gegendwerb Branscombe. Und das ist dann so, wie hier die Kleidbahnstechnung sind. Erschreckend eng, mehr kann ich nur dazu nicht sagen. Aber es wird gleich von jedem selbst gesehen werden. Branscombe. Picturesque Village. Und das ist übrigens keine Einbahnstraße. Und der Stadt kommt bei mir sogar dem Busse entgegen. Oder der Mühlwagen. Oder beides. Da gibt es so kleine Ausweichstellen. Hier ist es in Lappling. Da sehen wir uns in der Ferne. Anblick. Aber das ist ein Pkw. Das geht hier ganz easy. .... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schossen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier fährt auch der Bus lang, nur zur kleinen, unterhaltenden Antwort auf die Frage, wie breit kann man denn hier sich mit einem Auto langbewegen? Wie breit darf ein Auto sein, mit dem man sich langbewegen kann? wie breit darf ein Auto sein, mit dem blühen und schoen die Leitungs-ZDF, 2020 langweilig in der Baile ab und mit dem Blühen, mit dem Blühen, mit dem Blühen, die Leitungs-ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Hier ist der Fountain hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich weiß gar nicht, wie lange ich die Kamera noch mitlaufen lassen soll, aber ich lass sie mal laufen, so lange, bis sie selber sagt, jetzt habe ich genug aufgezeigt. Das ist keine Einbahnstraße. Ich wiederhole es nochmal. Keine Einbahnstraße. Aber vielleicht hätten wir da noch mal nicht gefahren sollen. Ich dachte, wir wollen noch zu den Sanctuary. Dann geht's. Jetzt wird's lustig. Schafft ihr das da vorbei? Schafft ihr das da vorbei? Dann geht's. Dann geht's. Sch wann geht's. Dann geht's, ich weiß nicht. Ok, der kommt auch zurück, da fahren wir noch ein bisschen zurück. Ok, der kommt auch zurück, da fahren wir noch ein bisschen zurück. Ok, dann versuchen wir jetzt unser Glück. Ja, so hat man seine Abenteuer auch in Thailand. So gerne sollen, das ist ja langweilig. So, 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 das ist ja langweilig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020